Herzlich Willkommen bei den Brettspieltestern in unserem Let's Play zu Barrage. Mit dabei wie immer Michaela und Christian. Und das ist auch eine Premiere für uns, denn wir spielen heute zum ersten Mal mit der 3D-Map und die ist gar nicht mal schlecht, haben wir festgestellt, weil wir haben das Spiel schon mal aufgebaut jetzt für zwei Personen, das heißt jeder hat sein eigenes Board, wir haben hier entsprechend der Standardauflistung auch schon die neutralen Dämme hingestellt, die Wassertropfen verteilt, Kontrakte ausgelegt und so weiter und so fort und wir haben hier eine Endsiegbedingung und da hilft die 3D-Map echt und zwar, bedeutet diese Endbedingung, dass wir in den entsprechenden Basins auf dem Spielertableau mindestens drei Strukturen gebaut haben müssen. Strukturen sind ja einmal die Powerhouses, die Conduits, die wir bauen können, die Dämme und auch die Erhöhungen und wir haben am Anfang mal geguckt, so welches Basin oder was gehört eigentlich zu den Basins? Man sieht hier an der 3D-Map, das hier oben, das sind vier Basins, die sind in den Mountains, dann gibt es in den Hills drei Basins, da gehören auch diese Powerhouses dazu und hier unten gibt es in den Plains auch nochmal drei Basins und diese unteren Basins, die es hier auch nochmal gibt, die gehören nämlich jetzt für diese Endwertung nicht dazu, weil wir dann jeder auch nur ein Powerhouse bauen dürfen. Aber ganz wichtig war uns eigentlich das Ding hier, dass dieses Powerhouse nicht zu diesem Basin gehört, sondern zu dem Basin und das ist, wenn das Spielfeld flach ist, fällt das einem nicht so ins Auge. Und genau das gleiche hier, dass diese Basins oder nicht dass diese Basins, sondern dass diese Powerhouses nicht zu diesen Basins gehören, sondern zu den Basins in den Plains. Dann kommen wir nochmal ganz kurz zu unseren Spezialisten. Das sind die hier, da habe ich einmal hier den und zwar immer wenn ich vier Energie oder weniger produziere, zieht das wie vier Energie. Das heißt, wenn ich irgendwo etwas produziere, zum Beispiel nur eine Energie, zack, wird daraus vier Energie. Danach wird allerdings, wenn ich hier mit Malus arbeite, wird das abgezogen, aber erstmal starte ich dann mindestens mit einer Energie von vier. Genau, da wird erstmal gucken, wie viel Energie produziert Christa mit dem eigentlichen Wassertropfen und verbindet mit dem Konduit. Produziert er da weniger als vier Energie, hat er vier Energie und danach bekommt er dann noch den Bonus oder Malus. Und was kann deine? Mein Officer kann, wenn ich baue, das heißt, wenn ich hier so ein Bauteil, so wie es immer, in dieses Rad lege und die entsprechenden Ressourcen dazulege, kann ich anstatt der entsprechenden Ressourcen drei Credits für eine Ressource. Also ich kann praktisch eine Ressource durch drei Credits beliebig ersetzen und auch in beliebiger Anzahl. Ja, wobei das Geld dann in den allgemeinen Vorrat kommt, das kriegt also nichts zurück, so wie die Ressourcen, die kommen ja irgendwann zurück, wenn das Rad sich einmal um 360 Grad gedreht hat. Die sind dann weg, aber es ist natürlich eine nette Tauschgeschichte. Genau, das heißt, die Credits kommen halt nicht ins Wheel dann rein, sondern die muss ich immer in den General Supply dann wieder legen. Dann haben wir hier noch, ich sag mal, unsere Company Boards. Ich habe jetzt diesmal Oberst Dassler und bei Oberst Dassler ist es so, wenn ich hier mein drittes Powerhouse, ja, ich sag mal, baue, dann habe ich als Sonderfähigkeit, in Anführungsstrichen, immer wenn ich produziere, also immer wenn ich eine Production Action ausführe, dann kann ich eine zweite Production Action machen. Das heißt, ich kann nochmal produzieren, muss dann aber ein anderes Powerhouse benutzen und bekomme dann aber auch kein Malus und kein Bonus dafür. Ist ja auch irgendwo logisch, weil ich dann ja auch keine Arbeiter irgendwo einsetze auf dem Spielplan. Ich habe die Amerikanerin, das ist Marjorie, Nachname kann ich nicht richtig lesen, ich glaube, Grant heißt sie. Und bei mir ist es halt eben, wenn ich bei meinem Powerhouse die dritte Stufe erreicht habe, dann ist es so, jedes Mal, wenn ein Wassertropfen über ein Powerhouse von mir auf natürliche Weise hinüberschwappt, kriege ich ein Energie. Habe ich auch schon ein paar Mal gehabt. Das war gar nicht schlecht, ne? Das war gar nicht schlecht bei dir so. Ich finde den jetzt hier ein bisschen luschig, ehrlich gesagt, mit diesen vier Energie, wer produziert bloß vier Energie, aber schauen wir mal. Oh, du hast ja schon mal über einen gemeckert. Ja. Obwohl, da hast du dann nachher wieder richtig gesehen. Ne, ich habe schon eine Idee, wie ich den einsetze, aber er haut mich jetzt erstmal nicht so um. Ich fand eigentlich den, den du hast, der ist ziemlich cool. Du gehst auf Geld, kannst tauschen, wie du willst. Ja. Der ist schon nicht so schlecht. Ja, schauen wir mal, ob ich den umsetzen kann. Dann habe ich hier schon meinen Startkontrakt bekommen. Das heißt, wenn ich jetzt drei Energie produziert habe, bekomme ich einmal zwei Friends und darf meinen Wheel auch schon um eine Station weiter drehen. Bei meinem Startkontrakt ist es dann einfach so, wenn ich muss vier Energie haben, kriege dann zwei Geld und darf mir eine beliebige Ressource, das heißt braun oder grau, aussuchen. Okay, Startspieler ist Christian, denn ich habe mir zuerst die Kombination hier ausgesucht und auch zuerst den Kontrakt genommen. Und deswegen ist Christian, wie man da oben sieht, in der Startreihenfolge zuerst dran. Ja, das ist auch gut so. Findest du? Ja, ich finde das normal. Und wir fangen einfach mal an, zack, ich baue, ich baue ein Energy House, ein Power House, einmal bitte da unten, ganz hinter dem neutralen Dampf, genau. Das kommt dir so bekannt vor, das hast du, glaube ich, in den letzten drei Spielen gemacht. Nee, das letzte Mal war ich auf der anderen Seite. Da warst du und hast das ziemlich cool gemacht. Das ist mein erstes Power House, das heißt, ich muss dafür, Quatsch, ich muss dafür zwei Graue ausgeben und ich nehme die erste Aktion hier. Das heißt, ich muss einen von meinen Worker dort einsetzen und jetzt drehen wir mal. Ich habe das Wheel ausgetauscht, ich hoffe, das geht jetzt diesmal besser. Ja, weil dein anderes Wheel ist schon nicht mehr so ganz, aber das hast du jetzt nicht mir gegeben, ne? Nein, nein, habe ich ganz ehrlich gesagt. Nee, nee, nee. Na dann ist ja gut, dass du mir das nicht gegeben hast. Ich fange jetzt mal ein bisschen anders an. Ich baue mal einen Damm. So. Schockschwere Not. Schockschwere Not, sie baut einen Damm, der kommt dann hier rein, mein Ingenieur. Und ich möchte ganz gerne den Mountainston Damm bauen, das heißt, es wird richtig teuer, dafür muss ich fünf meiner braunen Ressourcen ins Wheel legen und darf das auch in eine Station weiterdrehen. Und darf natürlich auch einen Damm dementsprechend platzieren und Christian ist dran. Dann mache ich weiter, ich baue auch noch mal, das kostet mich dann diesmal zwei, ich baue auch mal, oder auch, ich baue einen Conduit. Ich wollte gerade sagen, auch muss er auch. Und zwar baue ich den da unten an den neutralen Damm auf den Einer bitte, das heißt, einmal zwei, das heißt, ich muss an der Stelle dann zwei braune ablegen. Okay, ich werde mal eine Damm-Erhöhung bauen, habe ich so in der Form auch noch nicht gemacht, dafür muss ich auch hier meine nächsten zwei Ingenieurs wieder einsetzen. Kostendlich, weil ich das wieder in den Mountains mache, kostet es mich vier von den grauen. Das wird ein weiter gedrehtes Rad und hier kommt dementsprechend eine Damm-Erhöhung drauf und Christian ist dran. Ich gehe als nächstes einmal hier rein, ich hole mir einen Kontrakt und zwar hole ich mir den Kontrakt hier. Das wird hier aufgedeckt. Ich möchte ganz gerne auf das Feld, wo ich einmal weiterdrehen darf. Ja, das habe ich gewusst. Das hast du gewusst? Das habe ich gewusst. Ich hatte überlegt, ob du schon gleich hier reingehst, um drei weiterzukommen, aber wahrscheinlich wolltest du das Geld nicht ausgeben. Hm, das kann sein. Ich kann ja auch für Rohstoffe das Geld ausgeben. Das ist ja praktisch ein Ersatzmittel bei mir. Ich produziere jetzt erstmal Energie, Star Trek. Ach Gott, das ist ja süß. Einmal eins sind eins. Genau, aber jetzt kommt meine Spezialfähigkeit zum ersten Mal zu fragen, das unternehme ich vier. Ja, das war voll durchdacht. Okay, total durchdacht. Dann muss ich da die Gebenheit anpassen. Das heißt, ich habe jetzt vier Energie durch meine Sonderfähigkeit. Ich kriege dann noch die zwei plus dazu, das heißt, ich habe sechs Energie produziert. Ich komme also hier auf der Energieleiste auf die sechs. Das ist schon mal ganz angenehm. Und ich erfülle dann diesen Kontrakt. Das heißt, ich kriege einmal zwei Siegpunkte. Das heißt, von zehn, zack, Ufe zwölf. Dann darf ich mein Wheel zwei bewegen. Ui, das ist natürlich schickend. Eins, zwei. Und ich darf Wassertropfen einmal einen nach unten schicken. Schick doch einfach mal einen da zu dem neutralen Damm, wo ich da so günstig stehe. Sag mir doch mal, wo ich ihn einwerfen muss. Sag mir, links oder rechts geht bei beiden. Ne, geht nicht. Da würde er bei dir hängen bleiben. Wäre schlecht. Das machen wir auf dem rechten. Ja, ja, ja. Lassen wir so. Okay, gut. Jetzt gehe ich bitte auf den Platz, wo ich fünf bezahlen muss. Das heißt, ich bekomme einen wieder. Das war's mit dem Geld. Und jetzt kommt hier, das war's. So, ein, zwei, drei. Das heißt, die hier sind wieder frei. Ein, zwei, drei. Die sind wieder frei. Die habe ich auch gerade. So, und du bist dran. Du darfst. Ich produziere hier Eiskalt nochmal Energie. Ich gehe diesmal hier in den mittelaren Bereich rein mit zwei Leuten. Mach wieder diesen Tropfen. Einmal eins. Oh, aber Sonderfähigkeit. Ich kreise das jetzt bis auf die Spitze. Das heißt, ich habe vier Energie. Ich habe keinen Malus oder auch keinen Plus. Das heißt, ich bleibe bei vier Energie. Komme also hier von der sechs auf die zehn. Aber ich erfülle den Startkontrakt, den ich habe. Das heißt, da musste ich ja vier Energie haben. Ich kriege einmal zwei Geld und ich kriege einen beliebigen. Und bei den beliebigen hätte ich gerne... Gib mir erstmal das Geld. Bei den beliebigen nehme ich einen braunen. Einen braunen, okay. Und damit kommt der Kontrakt auch auf den Rückseite. Gut, ich setze hier drei Arbeiter ein. Ich möchte nochmal was bauen. Und zwar baue ich jetzt ein Conduit. Und das baue ich natürlich auch an den Filz. Das baue ich da hin. Ach, auf die Seite. Drei mal zwei sind sechs. Das heißt, ich muss da sechs Breine reinlegen. Das Rad wird wieder einen weiter gedreht. Und die werden wieder frei hier. Und Christian ist dran. Ich hole mir jetzt nochmal ein paar Kontrakte. Oh, das ist aber schade. Weil Energie machen ohne Kontrakte ist nicht ganz so sinnvoll. Das heißt, ich muss ein Geld bezahlen, weil ich jetzt hier reingegangen bin. Darf mir dafür auch zwei Kontrakte nehmen. Und ich bin am überlegen, ob ich diesen Zweier nehme. Ich finde den ja eigentlich ganz lustig, weil... Das will jetzt zweimal weiter drehen. Also Christian meint den hier, ne? Den da, genau. Mit zwei Energie. Ich finde den ganz lustig eigentlich. Ich nehme einfach mal den. Und ich nehme mir dann... Vier Energie mache ich doch immer, oder? Ich nehme aber den hier. Gut, dann wird er aufgefüllt. Dann habe ich ja Glück gehabt. Die beiden, mit denen ich liebe Eulen, hast du nicht genommen. Es gibt dir ja noch ein Feld. Ich habe gerade noch Freiarbeiter. Hast du denn überhaupt noch Geld? Einen habe ich noch. Einen Credit habe ich noch. Ich habe mir noch einen aufgespart. Und ich nehme mir die beiden hier. Echt? Hast du ja nicht zugelassen, ich hätte den genommen. Nee, den wollte ich nicht nehmen. Hier so einen schönen Wassertropfen. Ja, der kommt ja jetzt erst so hoch. Der war ja auch schon die Wassertropfe. Ja, der ist aber schon neu, ne? Gut. Ich mache einfach mit meiner Winning-Strategie hier, weil ja ich... Mit meiner Winning-Strategie? Lass mal von dem zweiten einmal Wassertropfen runter. Nee, von dem dritten, oder? Nee, also zweiten von rechts. Schade. Genau. Plutsch. Und dann mache ich... Du kannst ja nichts mehr. Ich habe keine Engineers mehr. Ich muss passen. Ich habe ja keine mehr zur Verfügung. Ich habe noch einen, den packe ich dann hier rein. Ich mache da unten wieder die richtig coole... Geschichte. Eins mal eins sind vier. Ja, weil du die... Ja, ja. Und hier unten verliere ich zwei. Das heißt, ich habe nur zwei Energie produziert, aber die komme ich trotzdem hier längst. Das hat den Effekt, ich habe gleich beim Einkommen einmal fünf Geld mehr. Und ich kann diesen Kontrakt hier erfüllen. Für nämlich pubelige zwei. Bringt mir ein Geld, aber ich darf nur ein Wiel um zwei vorwärts drehen. Das ist schon eine schicke Sache. Eins, zwei. Okay, du kriegst auch wieder was frei. Ja, hab bloß das Powerhouse zu spät frei gekriegt. Hm, das ist ärgerlich. Da liegt dein Geld drin. Ich wollte gerade sagen, wo ist mein Geld? So, jetzt hast du auch keine Engineers mehr. Gut, dann passe ich auch an der Stelle, richtig, genau. Gut, dann kommt jetzt die Waterflow-Phase. Das heißt, dieser Wassertropfen, der fließt... Da wo er hingehört. Nee, da wo er eigentlich nicht hin soll. Da wo er eigentlich nicht hin soll. Der plumpst ins Loch. Alles wunderbar. Und der fließt hier hin. So, dann kommt Scoring. Das heißt, wir gucken oben. Christian hat nachweislich die meiste Energie produziert, bekommt somit also sechs Punkte. Ich habe gar keine Energie produziert, deswegen bekomme ich auch leider keine zwei Punkte. Ich kriege sogar noch drei Punkte abgezogen, weil ich nichts produziert habe. Kriegst aber immerhin drei Geld dafür. Ich bekomme drei Geld dafür, dass ich nichts produziert habe. Also, du bekommst fünf Geld. Dann geht es noch um die Bonusplättchen da oben. Da haben wir jetzt die Powerhouses, die jetzt honoriert werden, sag ich mal so. Genau, ich erinnere es nicht dabei, weil sie hätte hier in diesen Bereich hier reingemusst oder darüber hinaus. Ist nicht drin, kriegt also gar nichts. Genau, dann im ersten, sag ich mal, Quadranten oder Abschnitt, da ist man ausgeschlossen. Genau, das ist der Part hier. Deshalb ist hier auch so ein X, dass man hier nicht partizipieren kann. Ich bin darüber hinaus, das heißt, ich kann das benutzen. Du bekommst einmal fünf. Und bekomme fünf, weil ich ein Powerhouse bisher gebaut habe. Dann kommt das Ding weg und nächste Runde geht es dann halt eben um die Dämme. So, dann kommt die Aufräumphase. Ich marschiere einmal zurück. Wir haben einen Startspielerwechsel. Weil ich die geringsten Energiepunkte hatte. Ein geringes, untertrieben. Gar keine. Danke, es sind trotzdem die geringsten. Genau, dann wird abgeräumt. Genau, jeder kriegt seine Engineers zurück. Nicht vergessen, ihn vom Spielplan oder auch vom Patentoffice zurückzunehmen. Wir hatten nämlich auch in einem Spiel, da sagte Christian mit einmal hoch. Irgendwie fehlen mir doch Leute. Da standen noch zwei Patentoffice. Ja, da haben wir nur zehn eigentlich. Ich habe gedacht, ich warte mal. Ja, 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 das wird da voll aufbauen. Ich finde aber auch gefühlt, wenn die irgendwie mal weniger. Ja, das stimmt. Als letztes müssen wir dann nochmal beim Patentamt abräumen. Das heißt, die Teils, die ausliegen, die kommen einmal weg. Genau. Und dann werden die entsprechend nachgezogen. Beginnen halt eben von oben nach unten. Also mit der Römisch 1 wird begonnen und dann kommt erst die Römisch 2. Und die werden auch während des Spiels nicht nachgefüllt, sondern immer erst am Ende der Runde kommen dann drei neue dahin. So, die legen wir hier mal her. Die drei neuen. Gut, dann sind wir jetzt zu Beginn der zweiten Runde. Und jetzt kommt als nächstes die Income-Phase. Dann schauen wir auf unseren Company-Boards, ob wir schon irgendwelches Einkommen freigeschaltet haben. Ich habe noch nichts freigeschaltet. Ich auch noch nicht. Okay, dann kommen noch die Headstreams da oben. Das heißt, wir schauen da, wo wieder Wassertropfen hinkommen. Hier kommt kein neuer, da kommt dann einer. Da kommt einer hin. Ups, aber Entschuldigung. Komm, dann pass mal da einen hin. Den gebe ich dir mal. Die sind so schön hängelbar, die Wassertropfen. So, und das war es dann leider auch schon. Und dann geht es wieder los. Und ich bin Startspieler. Und ich baue als erstes mal ein Powerhouse. Und zwar möchte ich das ganz gerne hier hinsetzen. Und das kostet mich, weil es mein erstes Powerhouse ist, kostet es mich zwei Graue. Muss ich natürlich auch das Powerhouse-Bauchteil da entsprechend reinlegen ins Rad. Und dann darf ich hier wieder einmal weiterdrehen. Und es hakt leider. Ich weiß nicht, wo es hakt, aber es hakt. Es hakt total. Ich komme nicht weiter. So, jetzt mit Gewalt geht alles. Okay, und ich bin fertig. Dann mache ich mal so weiter, wie ich aufgehört habe. Ich gehe hier rein. Ich nutze natürlich eiskalt den Wassertropfen, den ich habe. Einmal eins sind in der heutigen Rechnung vier. Plus zwei sind sechs. Das heißt, ich komme schon mal sechs hier auf der Energieleiste nach vorne. Und ich habe einen Kontrakt, bei dem ich fünf haben muss. Das heißt, ich kriege einmal drei Geld und zwei Graue Ressourcen. Drei Geld und zwei Graue? Das ist doch richtig viel. Ja, oder auch fünf Energie gekostet. Da muss ich ja erstmal hinkommen. Na ja, fünf Energie gekostet. Mit so einem Einer-Kornhüt-Dings da. Ja, ja. So, dann möchte ich auch produzieren. Schade, dass du mir das da oben weggeschmacht hast. Und dann habe ich das ja unter anderem auch gemacht. Unter anderem. Jetzt überlege ich nur, ob ich das in den sauren Apfel beiße und noch drei dazu bezahle. Oder ob ich das nicht mache. Hast du Bock dran? Ich habe drei Geld. Ach ja, stimmt. Wenn man hier war, kriegt man ja drei Geld. Das hast du recht. Ich gebe aber bitte in das zweite Feld. Ich möchte keine drei Geld dazu bezahlen. Das heißt, ich produziere. Und zwar produziere ich hier. Ich habe hier zwei Wassertropfen. Jeder Wassertropfen bringt mir, weil das hier daneben auf der Leitung steht, drei Energie. Das heißt, ich produziere insgesamt sechs Energie. Die fließen hier durch. Ach Gott, die kommen ja auch noch zu dir. Das ist aber ärgerlich, dass die zu dir kommen. Die landen dann leider hier vor dem Deich, wo sie gar nicht hin sollen. Damm. Wir sind ja nicht an dem Norden. Ja, okay, vor dem Damm. So, das sind einmal sechs Energie. Ich bekomme keinen weiteren Bonus. Also bitte einmal sechs weiter. Und dann kann ich hier, ich habe sechs Energie produziert. Das heißt, ich darf einmal eine neue Base bauen. Und zwar entweder den Plains oder den Hills. Und ich werde hier mal einen Damm hinbauen, beziehungsweise eine Base. Den Auftrag habe ich jetzt erfüllt und lege ich dann bei mir umgedreht hin. Und du bist dran. Mau gestückt. Oh, stopp, Entschuldigung. Ich habe gerade hier einen Damm gebaut, beziehungsweise eine Base. Und ich habe hier ein Feld freigeschaltet. Ich bekomme einmal drei Siegpunkte bitte als Soforteinkommen. Und das ist nachher meine Rundeneinkommen auch. Ich hole mir dann erstmal einen kleinen Contract. Das heißt, ich gehe einmal hier rein und hole mir den hier. Ist das für dich okay, wenn ich die stapel? Ich habe hier so wenig Platz. Ja, ich sehe ja von der Höhe, wie du ungefähr hast. Außerdem ist das mal die Frage, ob du nachher auch da so weit kommst mit der Energieproduktion. Das wären wir ja so. Dass du das erfüllen kannst. Mit den Vierer wahrscheinlich nicht. So, ich möchte ganz gerne mal einen Wassertropfen runterflogen lassen. Der springt hier rein und läuft bis hier hin. Nicht, dass du das gleich wieder machst. Das wollen wir ja nicht, ne? Ich gehe jetzt mal auf das Patentamt. Das heißt, auf das untere bitte zwei einsetzen. Ich weiß schon, was du vorhast. Du willst da hin, ne? Du möchtest den haben und dann gibst du mit den. Das ist ein untere Plan, bitte. Ja, ja. Ich kann mir schon vorstellen, was du möchtest. Gewinnen. Ja, ja. Das ist mir auch klar. Aktuell ist der Plan gewinnend. Das ist der Plan bei dir. Ja. Okay. Ich werde meinen Arbeiter mal da einsetzen, bitte. Wo ich das Rad für umsonst eine Position weiter drin. Und du bist dran. Ich gehe dann auch mal in die Dammbaugeschichte hier. Das heißt, ich passiere einen Damm hin. Ich muss einen Arbeiter da einsetzen. Ich gehe auch in die Mount Shams. Das heißt, ich muss vier von den Frauen bezahlen. Und den dann bitte einmal da oben. Das machst du schon wieder. Das hast du im letzten Spiel auch schon mal gemacht, dass du dich vor meine Nase setzen musstest. Das ist nicht, das letzte Spiel habe ich das gewonnen. Ja, ja. Dann habe ich es ja richtig gemacht. Das sieht so aus. Und dann muss ich ja noch drei Geld bezahlen, weil das ja rot umrandet war, das Damm fällt. Genau. Weil du dich ja unbedingt vor meiner Nase setzen musstest. Okay. Ich gehe mal da hin, wo ich nochmal das Rad um eine Position weiter drehen kann. Und das war schon wieder meins. Ich mache hier gleich mit einer Erhöhung weiter. Muss ich hier zwei einsetzen. Komm da hin. Gehe in die Mountains. Muss also vier Graue einsetzen. Einmal drehen. Und dann lande ich bitte einmal direkt vor dir. Ja, ja. Das war klar. Nochmal vor meiner Nase. Ja. Weißt du, wie schön es ist, ne? Mhm. So, ich gehe jetzt mal da oben bitte hin. Ich möchte produzieren. Ah, zu früh. Ich muss dafür drei Credits bezahlen, weil das leider so teuer ist. Ich nehme den hier. Ein Wassertropfen. Einmal drei Energie, die hier auf meiner Leitung tauschen. Das heißt, ich produziere drei Energie. Plus zwei Energie für den Bonus. Das heißt, insgesamt produziere ich fünf Energie. Und der läuft jetzt hier seinen natürlichen Lauf und landet dann vor meinem anderen Damm. So, da ich fünf Energie produziert habe, werde ich hier diesen Kontrakt erfüllen. Das heißt, ich musste vier Energie produzieren. Das heißt, ich kann ein weiteres Conduit bauen. Und zwar darf ich jetzt ein Conduit dahin setzen, wo es eine Zweierleitung gibt. So nenne ich das. Das ist einfach Magen. Ich setze das jetzt mal hier hin, das Conduit. Gut, damit habe ich diesen Auftrag erfüllt oder diesen Kontrakt. Den muss ich dann umdrehen. Ich habe hier wieder was freigeschaltet. Und das heißt, ich darf mein Wheel nochmal um eine Position weiterdrehen. Das darf ich jetzt einmalig und nachher ab Rundenbeginn immer. Das ist mein Income künftig. Ich setze einen hier ein. Ich zahle zwei Geld. Und kriege dafür bitte einmal einen. Ja, oder? Mhm. Sechs. Einen. Einen. Achso, einen. Entschuldigung, habe ich dir einen zu viel gegeben. Ich habe es zu gut mit dir gemeint. Dankeschön. So bin ich zu dir, ne? Ich setze meine letzten beiden Arbeiter mal hier ein. Ich habe leider kein Geld mehr. Von daher habe ich noch zu groß. Andere Wahlmöglichkeiten bekomme zwei Credits. Ich hole mir nochmal Kontrakte. Das heißt, ich gehe hier mit zwei rein. Muss einen bezahlen. Einmal gewechselt. Mhm. Schön. Ja. Und ich nehme mir wieder so einen billigen und einen mittleren Dollar. Mhm. Ich muss passen. Ich habe keine Engineers mehr. Ich mache zum grünen Abschluss dieser Runde dann nochmal eine Energieproduktion. Und zwar nehme ich nicht beide Wassertropfen, sondern ich nehme nur einen. Das heißt, einmal eins ist vier, weil zweimal eins ist auch vier. Einmal eins ist vier, ja, ja. Wenn ich das brauchen kann, das passt schon mal. Das sind vier. Das kleine einmal eins hast du gelernt, ne? Voll gut drin. Dann kriege ich einen Malus von zwei. Das heißt, ich produziere wieder zwei Energie. Ich habe zufälligerweise einen Kontrakt, der zwei fordert. Das heißt, ich kriege einmal wieder zwei Siegpunkte. Mhm. Ich habe zwei Energie produziert und kriege als zusätzlichen Bonus noch Energieleiste drei nach vorne. Zack. Das ist aber auch einen zu wenig. Aber egal. So, und dann passe ich auch, weil ich auch keine Arbeiter mehr habe, zum Einsetzen. Okay, dann kommt als nächstes die Waterflow-Phase. Das heißt, hier dieser Wassertropfen, der fließt wieder bis hier hin. Genau. Der fließt bis da. Da ist schon ein Wassertropfen. Das heißt, er springt über den Damm rüber und bleibt am nächsten Damm entsprechend hängen. Genau. So, dann kommt das Scoring. Wir beide haben ja gleich viel Energie produziert. Das heißt, die sechs plus zwei werden addiert und jeder von uns bekommt vier Punkte. Dann wird geschaut von den Bonusplättchen. Ich habe insgesamt zwei Dämme produziert. Und wir sind aber noch an dem Abschnitt davor. Das heißt, ich bekomme vier Punkte abgezogen. Das heißt, ich bekomme einmal vier Punkte. Genau. Ich habe nur einen Damm. Das heißt, vier minus vier ist null an der Stelle. Dann bekommen wir noch Geld. Wie viel Geld bekommen wir? Ich glaube, vier, ne? Ne, wir sind ja an der Stelle. Ah, beide fünf. Das ist ja noch besser. Okay, einmal für dich fünf, einmal für mich. Gut, das war dann schon wieder das. Genau, dann wird wieder Startspielerwechsel gemacht. Wir sind beide auf der gleichen. Dann wird es einmal getauscht. Geändert, genau. Dann kommen die schon wieder zurück. Dann wird hier wieder abgeräumt. Genau, parallel, wo ich mir schon mal wieder meine Leute. Ich lasse die hier mal stehen, ne? Sie braucht zehn, oder? Ich gewinne das Spiel auch mit zehn, aber ja. Nein, tue ich nicht. Ist klar. Auf gar keinen Fall. So, dann kommen wir da oben hin. So, ich sammle dann auch mal meine Arbeiter ein. Magst du die einmal zurückgeben? Danke. So, dann sind wir wieder Beginn der nächsten Runde. Erstmal kommt da oben noch das Bonusplättchen weg. Dann sind wir jetzt zu Beginn der dritten Runde. Jetzt werden am Ende der Runde die Conduits gewertet. Jetzt kommt Einkommen. Ich bekomme einmal drei Siebpunkte als Einkommen. Bis du so nah wieder an mich herangekommen hast. Das ist doch nicht in Ordnung. Und ich darf einmal mein Wheel um eine Position drehen. Das heißt, ich drehe hier einmal und darf mir die braunen Ressourcen zurücknehmen. Und das waren schon meine Einkommen, was ich bekomme. Hast du auch irgendwas an Einkommen? Nein. Dann kommt Headstreams. Das heißt, wir schauen, dass in der dritten Runde oben ein Wassertropfen draufkommt. Da einer. Da kommt auch einer. Und da kommen zwei Wassertropfen hin. Okay. Gut. Und dann geht es schon wieder los mit der Aktionsphase. Und Christian ist diesmal Startspieler. Ja, dann fangen wir nicht lange. Ich gehe gleich hier rein. Ich produziere da unten ein Wassertropfen. Das heißt, ich habe wieder vier Energie produziert. Plus die zwei, die ich hier kriege. Das heißt, ich komme hier schon mal auf die sechs. Ich habe auch natürlich einen Kontrakt für sechs. Das heißt, dieser Kontrakt bedeutet, ich darf das Rad dreimal drehen. Eins, zwei, drei. Das passt schon dran. Und ich darf einen Wassertropfen auf Reise schicken. Und ich schicke mal bitte hier eine auf die Reise. Das ist aber langsam auch langweilig. Ja, ich weiß. Aber der Versuch, das so hinzukriegen, dass es passt. Okay. Ich baue als nächstes mal ein Conduit. Und zwar möchte ich das Conduit hier hinbauen. Zwei mal zwei sind insgesamt vier braune Ressourcen, die ich dafür bezahlen muss. Ich muss hier noch einen Engineer einsetzen. Das Rad wird einmal gedreht. So, dann darf ich mir hier noch die Sachen wieder rausnehmen, weil die sind jetzt wieder frei geworden. Und Christian ist dran. Ich gehe kurz und schmerzlos hier rein, drehe mein Rad um eine Position und kann gleich Damm bauen. Jawohl. Ich werde mal hier zwei Arbeiter einsetzen. Ich muss einmal fünf zahlen. Darf mir dieses Plättchen hier nehmen. Und Christian ist dran. Ich baue, ich setze einen hier rein. Ich nehme diese Conduit-Geschichte und ich baue da oben bei meinem Damm ein Conduit hin. Das heißt, normalerweise wären das fünf mal zwei sind zehn. Aber jetzt habe ich ja hier diese Besonderheit da. Das heißt, ich muss jetzt nur in Anführungszeichen fünf braune bezahlen. Das ist also limitiert oder begrenzt nach oben. Und das ist natürlich schön günstig und billig. Da stehe ich doch drauf. Das heißt, einmal will ich den Conduit einsetzen. Und ich habe hier gleichzeitig was freigespielt. Das heißt, ich kriege einmal bitte drei Siegpunkte. Und schiebe das dann weiter und schuble, da habe ich doch glatt nochmal ein paar Graue gekriegt. Ich baue auch. Und zwar baue ich als nächstes ein Powerhouse. Das ist dann mein zweites Powerhouse. Dafür muss ich drei Graue ins Wheel reinlegen. Das Powerhouse kommt hier hin. Und das Wheel wird entsprechend um eine Position weiter gedreht. Und Christian ist dran. Das macht auch immer. Das ist eine schöne Idee. Ich gehe auch mit zwei hier rein. Baue auch ein Powerhouse. Das ist mein zweites Powerhouse. Das heißt, ich muss drei dafür bezahlen. Wheel wird gedreht. Zack. Und ich gehe mit dem bitte einmal vor. Genau da. Sehr schön. Gut, dann möchte ich ganz gerne produzieren. Ich gehe bitte auf die genau da hin. Da bekomme ich ja keinen Bonus. Ich produziere mal hier die beiden Wassertropfen. Zwei mal zwei sind vier. Das heißt, ich produziere insgesamt vier Energie. Bonus oder Marlust bekomme ich dafür hier nicht. Für vier Energie erfülle ich diesen Contract hier. Das heißt, ich darf einmal mein Rad um eine Umdrehung weiter drehen. Und ich bekomme einmal zwei Credits. Ach so, Entschuldigung. Ich bekomme hier noch ein Zusatzenergie, weil ich das mit dem Powerhouse frei gespielt habe. Von daher bitte machen wir einen weiter. Ich hole mir wieder Kontrakte. Das heißt, ich gehe hier mit zwei Leuten rein. Ich muss einen Credit bezahlen. Und ich nehme hier die zwei Kontrakte hier. Ich setze meinen Arbeiter mal hier ein und hole mir mal einen Kontrakt. Und nehme mir mal den hier. Und dann wird er aufgefüllt. Ich setze einen hier ein. Lass den Wassertropfen einmal. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Da wieder drunter laufen, bitte. Wo? Da. Hier? Mhm. Das soll einmal bis hier hin dann. Ja, genau. Dann kann man sie. Mhm. Gut, dann werde ich mal produzieren. Ich setze mal die drei bitte auf den obersten. Drei Geld. Das heißt, drei Geld. Ja, ja. Ich gebe die schon ab. So, ich produziere den Wassertropfen hier. Ehrlich? Für null? Nee, zwei. Ich komme doch da oben dran. Ah, okay. Für vier. Ja, alles klar. Vier Energie bitte. Also zwei, weil die auf der Leitung draufstehen. Mal eins und zwei plus zwei Bonus. Der geht weg. Den bekommst du nicht, den Wassertropfen. Ich merke das schon. Ich hätte nicht gedacht, dass du den billigen so nimmst. Aber okay. So, dann kann ich hier diesen Auftrag wieder erfüllen. Weil zwei Energie habe ich mindestens produziert. Und ich nehme mir dafür mal zwei braune. Und den habe ich erfüllt. Ich bekomme sogar, Entschuldigung, noch eine Energie mehr. Weil ich ja hier das entsprechend auf dem Spielertableau schon freigespielt habe. Und das war es dann mit meinem Spielzug. Das schmeißt mich natürlich jetzt komplett aus der Bahn. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Aber ich mache einfach mal Bauen. Das ist ja hier ein Workerplace. Da wird gebaut. Ich baue einfach mal einen Damm. Zack. Einen Damm. Ich baue den unten in der Ebene. Das kostet mich dann drei braune. Dann kommt der Damm. Zack. Bitte einmal daneben mein Cornhüt hinter meinen... Vor den Neutralen. Genau. Muss ich nochmal drei bezahlen. Zack. Dreh den dann einmal durch. Und jetzt ist es so, ich habe auch was freigespielt. Das heißt, ich darf hier noch einmal mehr trägen. So, dann setze ich meinen letzten Arbeiter mal wieder an die Bank. Und nehme mir dafür einen Credit. Ich habe keine Arbeiter mehr. Ich passe. Ich habe auch keine Arbeiter mehr. Ich passe. Dann kommt jetzt wieder die Waterflow-Geschichte. Genau. Das heißt, der Tropfen hier fließt hier einmal drunter. Da ist kein einziger Damm. Das heißt, der verschwindet. Der fließt bis hier hin. Der geht raus. Und die beiden fließen jetzt leider bis dahin. Ja. So soll es sein. Scoring-Phase. Ich habe mehr Energie produziert als Christian. Ich bekomme sechs Punkte. Ich bekomme zwei. Christian bekommt zwei Punkte. So, Einkommen. Und es ist ja egal, was ich zuerst mache. Ich bekomme einmal vier Geld. Und wie viel Geld bekommst du? Wie viele Credits? Ich bekomme drei. Du bekommst drei Credits. Dann kommen noch die Bonus-Platting. Jetzt werden ja Conduits gewertet. Ich habe drei Conduits verbaut. Dreimal vier werden zwölf. Acht Punkte gehen aber ab, weil ich da in dem ersten Segment stehe, wo man eigentlich schon sieben Punkte kriegen könnte. Das heißt, ich bekomme leider nur noch vier Punkte. Ja, ich habe zwei und ich kriege acht Abzug. Von daher bleibe ich bei null. Gut, dann haben wir wieder ein Rundenende. Das heißt, die kommen wieder auf null auf dem Energy-Track. Das bleibt in der Zugreihenfolge. Genau, weil Christian die wenigste Energie produziert hat in dieser Runde. Dann werden die Worker wieder abgeräumt. Das Patentamt muss einmal aufgefüllt oder abgerissen werden. Je nachdem, wie man denkt. Ach, krissen. Na ja, ganz abreißen wollen wir es nun nicht. Ja, aber das, was da so rumliegt. Das, was da so rumliegt, befüllen wir mal. So, das legen wir da mal neu hin. Dankeschön. So, dann kommt die Einkommensphase. Ich bekomme einmal drei Siegpunkte. Ich darf mein Rad um eine Position drehen. Und das war's bei mir. Ich darf mein Rad auch um eine Position drehen. Und ich drehe einmal drei Siegpunkte. Und das war's? Das war's. Dann kommen wir wieder die Headstream-Teils. Wir sind jetzt in der vierten Runde. Genau, das Teil da oben muss noch weg. Das heißt, da kommen einmal zwei Wassertropfen hin. Und das zweite kommt auch einmal zwei Wassertropfen. Hier kommt ein Wassertropfen hin. Und hier kommt kein Wassertropfen hin. Da ich Startspieler bin, legen wir jetzt einfach mal kraftvoll vor. Ich gehe hier in das Produzieren von Energie. Ich produziere da oben. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Ganz taktisch, ganz vorne weg. Und zwar die zwei Wassertropfen ganz vorne gehen über den Fünfer-Konduit. Die bis ganz nach unten einmal durch. Das heißt, die verschwinden aus dem Spiel. Das heißt, das sind zweimal. Fünf sind zehn Punkte. Plus zwei sind zwölf Punkte. Plus eins sind 13 Punkte. Und ich nehme mir den wichtigsten Contract aller Zeiten. Das heißt, ich kriege einmal bitte sieben Siegpunkte. Ach, den hast du jetzt auch noch erfüllt. Den habe ich erfüllt. Dann darf ich mein Mühl viermal drehen. Oh, das war da drauf? Ja. Krass. Das fand ich ziemlich cool, das Ding. Das war jetzt dreimal gedreht. Das ist zweimal gedreht. Das eröffnet einem mehr ganz neue Möglichkeiten. Dreimal gedreht. Und da ich jetzt nichts mehr auf dem Mühl drauf habe, spare ich mir das letzte Mal drehen. Und ich komme natürlich dann auch entsprechend 13 vor. Mhm. Nicht schlecht verstecken. Und du es dann. Ich werde mir mal zwei Kontrakte holen. Muss ich einen für bezahlen. Und ich werde mir einmal den da nehmen. Und als zweites nehme ich mir einmal den Kontrakt hier. Und da wird wieder aufgefüllt. Ich baue erstmal. Ich gehe einmal da rein. Ich baue die Billigvariante von den Kontraids. Das heißt, die kosten mich gleich maximal fünf. Ich gehe einmal da rein. Das wären vier mal zwei wären acht. Ich benutze das ja hier. Das heißt, ich muss nur fünf dafür bezahlen. Zwei. Fünf. Und dann drehe ich einmal nach da. Gut. Ich werde einmal meine zwei Ingenieurs hier einsetzen. Das heißt, ich muss fünf Krötze bezahlen. Ich darf meinen Wheel einmal drehen. Zweimal drehen. Die kommen zurück. Und noch ein drittes Mal drehen. Das heißt, das kommt alles wieder raus. Und du bist dran. Ich gehe einmal da rein. Ich produziere den Wassertropfen da unten. Das heißt, einmal eins. Wie gehabt sind vier. Ich habe hier einen Abzug von zwei. Das heißt, ich würde bei zwei landen. Habe aber durch meine Energiehaus-Power aus wieder ein. Das heißt, ich kann drei erfüllen. Und das machen wir auch. Das heißt, ich erfülle den Kontrakt. Das sind einmal bitte vier Siebpunkte. Und zwei geendet. Ich baue hier mit meinem Sonderplättchen eine Dammerhöhung. Das heißt, ich muss hier einen Ingenieur hinsetzen. Ich möchte hier diesen Damm erhöhen. Das heißt, das kostet mich, weil ich oben in den Mountains bin, vier von den grauen. Hier wird einmal gedreht. Und da das jetzt mal ein Sonderplättchen ist, also ein Plättchen vom Patentamt, darf ich jetzt diesen Damm bis zum Maximal befüllen. Das heißt, da kommen einmal drei Wassertropfen hinter diesem Damm. Und deiner ist leider eingestürzt. Und das Wasser... Und ich bekomme, weil ich einmal was freigespielt habe oder freigebaut habe, bekomme ich einmal sofort drei Geld, drei Credits hoch, das waren vier. Ich gehe einmal hier rein, ich hole mir den Kontrakt und hole mir einmal den hier. Ich baue nochmal, ich gehe hier rein und zwar baue ich nochmal ein Conduit. Und zwar möchte ich das ganz gerne hier hinbauen. Die Baustelle hast du mir ja schon geklaut. Das heißt, drei mal zwei sind sechs braune Ressourcen, die ich ins Rad reinlegen muss. Das ist das entsprechende Bauplättchen. Hier wird einmal gedreht. Und ich habe jetzt hier wieder was freigeschaltet. Das heißt, ich bekomme einmal sofort zwei Siegpunkte. Und ich könnte jetzt zwei Wassertropfen fließen lassen. Okay, da du sonst überall einen Vorteil hast, ich brauche es jetzt ja gar nicht nehmen. Ich nehme sie mir jetzt einfach mal die zwei Wassertropfen. Hoppla. Und lasse sie jetzt einfach mal hier so durchlaufen. Und ansonsten hast du davon einen Vorteil. Und das möchte ich nicht. Wieso denn nicht? Ich habe dir doch gar nichts getan. Nein, du hast mir aber auch nicht wirklich geholfen. Geht das dir um helfen oder was? Du hast dich im Gegensatz vor meine Nase gesetzt und mir auch noch den Bauplatz hier geklaut. Geht das hier irgendwie um... Natürlich, der Frau muss immer geholfen werden. Ach so ist das. Gut, dann helfe ich mal der Frau. Ich gehe hier rein. Bevor mich wieder da irgendwie auf dumme Gedanken kommt. So, das heißt, ich muss einmal drei Geld bezahlen. Und dann beziehen wir mit dem bitte einmal Energie. Das heißt, der geht da einmal so quer rüber. Das sind zwei mal vier. Das sind also acht Energien. Einer bleibt bei mir hinten. Einer geht nach hinten. Genau. Plus eins sind also neun Energie. Das heißt, ich komme da auf die 22. Und bei neun Energie kann ich entsprechend hier diesen Contract hier erfüllen. Das heißt, ich kriege eine Erhöhung, die ich einsetzen kann. Die Bau wird da so hin. Upsa. Und kann gleich noch zwei Wassertropfen fließen lassen. Dadurch, dass ich die Erhöhung gekriegt habe, darf ich mir noch ein Teil nehmen. Ich nehme als Ressource bitte einmal einen braunen. Mhm. Okay. Und dann kriege ich nochmal zwei Wassertropfen. Die packen wir bitte mal... Lass mich raten, hier hin. Kommen die da oben hin? Ne, die fließen. Ach, die fließen. Die fließen. Ja, die fließen, dann bitte da einmal runter. Das war doch klar. Wo dann sonst hin? Ich produziere auch. Ich gehe bitte mal auf das Zweierfeld, da in die Mitte. Und zwar produziere ich hier meine drei Wassertropfen. Ich habe hier eine drei draufstehen. Das heißt, drei Wassertropfen mal drei Energie pro Wassertropfen sind genau neun Energie, die ich produziere. Plus eine Energie. Das heißt, ich produziere insgesamt zehn Energie. Hier geht der drüber weg, hier geht der drüber weg. Dann bleiben zwei hängen und hier geht der raus. Zehn Energie hast du mich weitergesetzt. Johl. Dann erfülle ich einmal diesen Kontrakt hier. Das heißt, ich bekomme einmal sieben Siebpunkte. Und ich darf mir eine braune Ressource nehmen. Und damit ist der Kontrakt dann einmal erfüllt. Und Christian ist dran. Ich gehe nochmal ans Energie produzieren. Ich produziere einmal alle drei, die da bei dem Neutralen sind. Das heißt, drei mal eins sind vier. Drei mal eins sind drei. Immer noch. Christian Bohnen ist da. Minus zwei mache ich also zwei. Plus ein mache ich drei. Ich erfülle den Kontrakt hier. Das sind einmal fünf Geld. Upsala. Und die ist dran. Was sind denn da so viele Leute da rumliegen? Tja, man weiß es nicht. Ich gehe bitte einmal dahin, wo ich das Wheel um einen vorwärts drehen darf. Gut. Ich baue nochmal. Ich gehe da drauf. Ich baue eine Erhöhung. Die kostet mich in den Planes 2 Grauen. Darf ich sie einmal bitte da unten draufstehen? Mhm. Und dann drehen wir das Wheel einmal. Mhm. Und ich gehe nochmal mit meinen zwei letzten, gehe ich nochmal hier hin und darf nochmal mein Wehen in eine Position drehen. Ich passe. Ich habe keine Arbeiter mehr. Ich passe auch. Ich habe auch keine Arbeiter mehr. Das heißt, jetzt kommt wieder die Waterflow-Phase. Genau. Hier stürzt das Wasser ohne aufzuhalten. Hier geht es runter. Das bleibt da hängen. Das geht weg. Da oben das Wasser. Das nächste. Das springt über den ersten Dumpen und bleibt am zweiten Neutralen hängen. Mhm. Und ganz oben ist nichts mehr da hinten. Genau. Gut, da kommt Scoring. Das heißt, da oben Energy-Track. Christian hat am meisten Energy produziert, bekommt also sechs Punkte. Ich bekomme zwei Punkte. Vom Bonus-Plättchen, da haben wir jetzt die Erhöhung. Ich habe insgesamt zwei Erhöhungen gebaut. Das heißt, es wären acht Punkte. Ich bin aber zu weit zurück. Minus-Punkte bekommt man nicht. Nein, das kann ich minus hier. Nein. Schade. Hallo. Ja, war nur so eine Idee. Bei mir sieht es einen Ticken anders aus. Ich habe drei Erhöhungen. Ich kriege hier einmal Abzug. Das heißt, ich kriege noch acht Punkte dafür. Mhm. So, dann bekommen wir nochmal Geld. Du bekommst sieben Geld. Und ich bekomme wie hier? Du bekommst vier Geld. Vier Geld bekomme ich. Okay. Dann haben wir schon wieder den Energy-Track abgearbeitet. Genau. Ich bin weiter vorne. Dann machen wir gleich die Reihenfolge für die letzte Runde. Da ist dann Michaela vorne. Dann kommen erst einmal alle Engineers wieder zurück. Die oberen müsstest du mir gleich nochmal einmal geben. Danke. Dann müssen wir noch einmal das Patentamt wieder abräumen. Mhm. Das räumen wir einmal wieder ab. Dann kommen da die letzten drei Plättchen zum Vorschein. Und dann geht es los wieder mit Runden anfangen. Das heißt, wir haben erst einmal Einkommen. Das heißt, ich bekomme einmal drei Siegpunkte. Ich bekomme einmal drei Geld. Ich darf mein Rad um eine Position weiter drehen. Und ich bekomme hier nochmal zwei Siegpunkte. Und ich darf noch zwei Wassertropfen fließen lassen. Mann, was kriegst denn du da alles an Boni? Ja, ich muss mal eben gucken. Das sind zwei. Und der Damm ist drei oben. Ah, das heißt, die würden leider nicht drüber fließen. Das ist aber sehr schade. Beziehungsweise es würde nur einer drüber fließen. Hier reinpacken. Dann fließt das Wasser hier. Da fließt es drüber und fließt bis dahin. Okay. Das war mein Einkommen. Und was hast du? Ich darf einmal das Rad drehen. Dann darf ich mir einen grauen oder einen braun nehmen. Ich nehme mir hier mal einen grauen, bitte. Einen grauen. Okay. Und dann kriege ich auch noch bitte drei Siegpunkte. Mhm. Okay. Headstream-Phase fällt weg. Weil wir sind ja in der fünften Runde. Von daher kommt nichts. Von daher geht es jetzt los mit der Aktionsphase. Und ich bin Startspieler. Das ist doch mal was. Ja. Da kannst du dir hier mal Gas geben. Meinst du, ich gehe mal da oben bitte, ich brauche nur zwei einzusetzen. Ich möchte nämlich ganz gerne produzieren. Und zwar nehmen wir mal diese beiden Wassertropfen hier. Hupala. Der hat dann fällt schnell erst gestanden. So, zwei Wassertropfen mal zwei, was auf der Leitung drauf steht. Das heißt, vier plus zwei sind sechs, plus eins sind sieben, die ich da produziere. Und dann erfülle ich diesen Konflikt hier, den ich habe. Das heißt, ich bekomme einmal sechs Siegpunkte und drei Wassertropfen. So, dann darf ich noch drei Wassertropfen mir nehmen. Die darf ich dann gleich nach oben auf die Headstream-Tiles verteilen. Wir haben nachher nochmal eine Waterflow-Phase. Und das hat jetzt eigentlich nur eine Auswirkung dann auf die Entwertung. Denn wenn nachher noch Wassertropfen vor den eigenen Dämmen liegen, gibt es dafür nachher nochmal einen Siegpunkt pro Wassertropfen. Insofern legen wir die erstmal hier hin. Alli, weil ich noch nicht weiß, wie das hier nachher am Spielende aussieht, bevor du da Siegpunkte bekommst, ne? Wie gemein. Lass wir die vielleicht erstmal durchfließen. Ich gehe einmal dahin, muss ein Geld bezahlen. Für die Schöne darf mir zwei Kontrakte nehmen. Dann sind jetzt zwei neu aufgefüllt. Ich gehe einmal hier hin. Ich hole mir einen Kontrakt, und zwar nämlich mit dem hier. Und da wird auch wieder neu aufgefüllt. Ich gehe einmal hier hin. Ich lasse einmal Wasser fließen. Und zwar bei dem Damm da. Genau. Wunderbar, tisch. Ich gehe einmal dort hin. Und bezahle fünf. Drei. Vier, fünf. Und drehe mein Rad mal um drei weiter. Und ich habe gerade gemerkt, ich hätte vorhin die zwei Arbeiter mir eigentlich sparen können. In der letzten Runde um mein Rad noch ein. Vorhin habe ich das ja noch ein weiter betreht. Oder ein Über, glaubt ihr das jetzt? Genau. Das heißt, ich habe es in der vorigen Runde einmal zu viel bewegt. Na ja, sei es drum. Ich gehe einmal Energie produzieren. Einmal die zwei Wassertropfen dort. Genau. Die fließen dann ja einmal raus aus dem Spiel. Das heißt, zweimal eins sind vier. Die übliche Geschichte. Plus einen, den ich hier habe, sind fünf. Ich erfülle die Geschichte hier. Das heißt, ich darf einen Damm in den Plates bauen. Und da bauen wir mal einen Damm. Da halten. Und so. Und so rum. Okay, ich möchte auch bauen. Ich baue ein Powerhouse. Das ist mein drittes Powerhouse. Das heißt, ich muss dafür vier graue Ressourcen einsetzen. Ich drehe das einmal weiter. Ich möchte das Powerhouse ganz gerne hier hinsetzen. Das heißt, ich muss dafür auch nochmal drei Geld bezahlen. Und ich habe gerade vergessen, dass ich ja den Auftrag erfüllt habe. Da hatte ich ja insgesamt fünf produziert gehabt. Das heißt, ich muss hier auf der Energieleiste auch nochmal fünf vor. Und dann, wo wir eben gerade beim Produzieren sind, machen wir da gleich weiter. Einmal hier mit rein rein. Dann einmal drei Geld bezahlen. Und dann einmal diese Wassertropfen bitte. Das heißt, die marschieren einmal so quer rüber bis zu einem anderen. Das sind also zwei mal vier sind acht Punkte. Plus einen sind neun. Plus zwei sind elf Punkte. Das heißt, ich komme elf weiter auf 16. Und kann jetzt hier entsprechend das Ding hier, den Kontrakt erfüllen. Das heißt, ich komme nochmal drei weiter. Eins, zwei, drei. Und ich darf ein Powerhouse bauen. Und das Powerhouse packe ich da unten hin. So, ich gehe mal mit einem in die Bank. Und hole mir mal einen Credit. Ich produziere munter weiter. Das heißt, ich nehme die drei ganz oben. Drei mal fünf sind an der Stelle dann einmal 15 Energie. Plus eins sind 16 Energie. Minus zwei sind 14 Energie. Das heißt, ich komme auf 33. Und erfülle den Kontrakt hier. Das heißt, ich kriege einmal 30 Punkte, zwei Geld und zwei beliebige. Und bei den beliebigen hätte ich gerne zwei braune. Guck schön. Ich produziere auch. Ich muss dafür drei Credits bezahlen. Und zwar produziere ich hier einmal zwei. Sind zwei. Da fließt der Trüter, landet hier. Und das sind einmal zwei Energie, bitte, die ich da produziere. Plus eins sind drei Energie. Eigentlich hätte ich das anders geplant. Ich wollte eigentlich hier produzieren. Hätte ich auch noch ein Powerhouse bauen können. Aber sei es drum. Jetzt darf ich noch einmal produzieren. Immer wenn ich dann produziere. Und dann produziere ich noch einmal hier. Und das heißt, der geht da hin. Das heißt, ich produziere wieder noch einmal zwei Energie. Und für die Aktion bekomme ich jetzt halt keinen Bonus oder Malus. Das heißt, ich bekomme hier nicht noch einmal einen dazu. Okay, das war dann soweit mein Zug. Ich baue nochmal auf die Schnelle. Ich gehe einmal da rein. Ich hole mir ein Kondit. Ich gehe da auf den Einer, bitte. Da. Ja. Das heißt, der kostet mich dann zwei braune. Einmal normal drehen. Dann habe ich auch was freigeschaltet. Das heißt, ich darf hier das Rad einmal drehen. Und ich kriege zwei Siegpunkte. Ich baue auch nochmal meine letzten Aktion, die ich habe. Und zwar baue ich auch nochmal ein Konduit. Mein letztes Konduit. Und das setze ich mal hier hin. Das zwei mal zwei sind also vier braune, die ich dafür reinlegen muss. Hier wird nochmal gedreht. Und ich habe hier sieben Siegpunkte freigeschaltet. Das heißt, ich bekomme nochmal sieben Siegpunkte. Ich baue dann auch nochmal. Ich hole mir einen Damm. Das heißt, ich gehe einmal da rein. Den Damm bitte da. Bitte. Das heißt also in den Planes. Das heißt, ich muss da drei, vier bezahlen. Das ist mir ein paar kleine Probleme. Das heißt, das wird einmal wieder abgebaut. Und ich kriege dann einmal sofort sechs Geld. Okay, ich passe. Ich habe keine Engineers mehr. Ich passe auch. Gut, dann sind wir mit der Aktionsphase wieder durch. Dann kommt jetzt noch ein letztes Mal die Waterflow-Phase. Genau, das heißt, der geht einmal da hin. Und die anderen beiden kommen raus. Genau, und wenn die rüber gehen. Ich hatte ja hier was freigeschaltet gehabt. Und zwar immer, wenn Wassertropfen natürlicherweise über mein Energie-Powerhaus rüber gehen, kriege ich die entsprechenden Punkte. Da sind jetzt zwei Wassertropfen über das Ding rüber. Das heißt, ich komme hier nochmal zwei weiter. Gut, das war der Waterflow. Dann kommt nochmal Scoring. Christian hat da oben die meisten Energie produziert, bekommt also sechs Punkte. Ich bekomme zwei Punkte. Dann bekommen wir nochmal Geld. Du bekommst acht Geld. Genau. Und ich bekomme fünf Geld, wenn ich das da richtig sehe. So, dann wird nochmal das letzte Bonus-Plättchen gewertet. Jetzt für die Aufträge bekommt man jeweils zwei Punkte. Genau, für die erfüllten Aufträge. Michaela hat sechs erfüllt, hat also grundsätzlich zwölf und muss dann hier eins, zwei, drei, zwölf abziehen. Das heißt, da bleibt null übrig. Ich bin ja drüber hinweg. Das heißt, meine Kontrakte zählen ist jeweils zwei Siegpunkte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Das sind also sechsundzwanzig Punkte. Mhm. Sechundzwanzig. So, dann fangen wir nochmal, wir haben jetzt noch die Endwerte mit dem einfachsten an. Das heißt, wir gucken mal, ob irgendwo noch Wassertropfen vor den Algen-Dämmen liegen. Pro Wassertropfen vor den Algen-Dämmen gibt es einen Siegpunkt. Das heißt, du hast hier einen, hier oben sehe ich nichts. Nee, da ist keiner dahinter. Das heißt, dann bekommst du, da sind nochmal zwei, drei Siegpunkte nochmal. Ich bekomme keinen. Dann bekommen wir nochmal Siegpunkte für je fünf Ressourcen, die wir noch haben. Die im Wheel sind, die zählen da nicht mit. Und da habe ich insgesamt zehn Ressourcen. Das heißt, ich bekomme da nochmal zwei Punkte. Acht, ich kriege da nochmal acht Punkte. Mhm. So, dann kommt als letztes noch dieses Objective-Teil. Da schauen wir jetzt nochmal, wer die Bedingungen erfüllt hat. Man muss ja mindestens drei Objekte, die zu verbauen gilt, gebaut haben. Hier in dem obersten Basin haben wir das beide geschafft. Das heißt, es steht eins zu eins. Hier habe ich es als Einzel geschafft. Das heißt, zwei zu eins für mich. Hier unten in dem Basin hat nur Christian das geschafft. Das heißt, es steht zwei zu zwei. Und hier in den beiden Basins und in dem Basin hat es keiner geschafft. Von daher steht es da unentschieden. Genau. Jetzt könnten wir beide natürlich 15 vormarschieren. Wir können es auch lassen. Von daher lassen wir es einfach. Alles klar. Gut. Okay. Und dann haben wir ein Endergebnis von 113 zu 67 Punkten. Das heißt, Christian hat das Spiel ganz klar gewonnen. Ja, aber das war, passt aber auch sehr schön miteinander. Das ist ein guter Charakter. Ja, ja, ja. Hast du am Anfang auch wieder drüber gemeckert. Kennen wir ja schon. Genau. Der Südliche. Okay. Das war dann unser Let's Play zu dem Spiel Barrage. Die Spielerklärung und auch unser Review haben wir bereits in einem gesonderten Video gemacht. Wenn ihr euch das noch nicht angeschaut habt, schaut da doch einfach gerne mal rein. Ansonsten sagen wir da vielen Dank, dass ihr bei uns reingeschaut habt. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn euch das gefällt, was wir hier machen. Wenn ihr unseren Kanal abonniert oder uns auch einen Daumen hoch gebt. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei dem, was ihr gerade spielt oder vielleicht als nächstes spielen wollt. Und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.